Kein Zweifel, die Digitalisierung verändert unser Leben. Sie revolutioniert die Arbeitswelt, schafft neue Zukunftsperspektiven. Damit steht auch das schulische Lernen vor grundlegenden Umwälzungen. Digitale Medien helfen uns, neue, ganz andere Ziele zu erreichen. Kommunikation, Kreativität, Kooperation und Kollaboration treten in den Vordergrund. Der Schüler rückt ins Zentrum des Lernens. Lernen geschieht erforschend, im Austausch. Wir am Ratsgymnasium wollen zeitgemäße Impulsgeber für unsere Schüler sein und diesen Prozess aktiv gestalten. Die Frage ist nicht, ob die Digitalisierung kommt, sondern wann. Unterstützen Sie deshalb unsere Aktion Das Rats wird digital. Spenden Sie für digitale Medien am Ratsgymnasium Gladbeck.